Einen wunderschönen guten Abend, Essen. Es fühlt sich gut an, hier zu stehen. Ich habe mein Abi nicht geschafft. Ich bin in der 13. Klasse rausgeflogen. Aber dieser Text ist nicht darüber. Und zwar, ich bin mittlerweile 34. Ich versuche es durch jugendliche Klamotten und durch Slam irgendwie abzuwenden, aber das klappt nicht immer. Ja, nicht so wirklich, muss man dazu sagen. Aber der Text geht so. Manchmal fühle ich mich ziemlich alt. Nicht, weil ich tatsächlich alt bin, sondern eher, weil ich zwischendurch das Gefühl bekomme, nicht mehr der Zeit zu entsprechen. So, als ob ich Pornos in einer Videothek ausleihen würde und dann auch auf einer Videokassette. Ich weiß gar nicht, wie ging es denn damals, ohne die Möglichkeit, 20-fach schnell bis zur nächsten Handlung vorzuspulen. Madame? Ja, 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 action, spulen. Wie dem auch sei, dieses Gefühl wird durch folgende Tatsache extrem verstärkt. Ich schlafe zu Hause ein. Ja, zu Hause, nicht zu Hause. Also, ich muss das doch irgendwie anders betonen. Das ist der Preis für diesen charmanten Akzent, für diese tolle Aussprache, die euch so gefällt. Du klingst wie Wladimir Kamina, sagt ihr. Leck mich, sage ich. Ich klinge wie Chekhov von Star Trek. Ich hasse Wladimir Kamina. Und übrigens, anstatt Leck mich steht in der Directors Cut-Fassung was anderes, was ehrlich ist. Ich bin halt nüchtern höflich manchmal. Alte Schule. Auf jeden Fall ist es ja heute so, dass in fast jedem Drecksloch Haus gespielt wird. Tech-Haus, Progressive-Haus, Vocal-Haus. Ich mache meine Haare so Haus und so weiter. Oder irgendwie eine Abwandlung davon. Glitch. Kennt ihr Glitch? Na, wie war das denn gestern auf der Glitch-Party? Oder momentan lege ich bevorzugt eigentlich nur Glitch auf. Und dann gibt es noch Techno, Electro, Rave, Minimal. Das hört sich zum Teil wie eine Bücherei von Isaac Asimov an. Und als ich Asimov erwähne, habe ich wieder das blöde Gefühl, irgendwie nicht mehr der Zeit zu entsprechen. Kennt einer hier Asimov? Nehmt die Hände runter. Und kennt hier eine Madonna und Lady Gaga? Ehrliche Antwort. Ihr kennt das doch alle. Sogar die Menschen in Schwarz kennen das bestimmt. Also, stellt euch vor, Asimov ist wie Madonna für Lady Gaga. Halt nur für Transformers. Urvater, versteht ihr? Naja. Es ist ja leider so, dass sobald ich in einen Hausclub gehe, schläfrig und müde werde. Ich bin vorher topfit wie ein Kilo Koks und im Club zack, schlafe ich ein Kilo Speck von der Hüfte von Dirk Bach. Ich kann sogar so nah an der Box sitzen, dass es vom Weiten so aussieht, als würde ich ein wenig tanzen. So vibriert mein Körper. Aber in Wirklichkeit schlafe ich. Ich habe schon alles mögliche probiert, um wach zu bleiben. Zum Beispiel habe ich meinen Liter Espresso auf einmal getrunken, bevor ich in den Club ging. Habe mir sofort in die Hose gemacht. Dual. Ich konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, bin so gegen 10 Uhr morgens zu einer Aftershow-Party gegangen und habe dort gepennt. Ich bin schon besoffen auf Teilen, auf Speed, auf Koks, auf Klebstoff im Club gewesen, alles vergeblich. Wobei Klebstoff war echt geil. Alleine schon wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich hätte geträumt, ich würde zu Hause tanzen. Bis mich die Putze weckte. Na, Draufgänger? Blöde Kuh. Auf der Mäde, ich habe einen baltischen Tee getrunken. Das ist Vodka mit Koks. Habe dann etwa 15 Minuten getanzt. Auf dem Klo eingeschlafen. Gut, dass ich dank meiner Frau gelernt habe, im Sitzen zu pinkeln. Ich wusste immer, irgendwo wird es schon gut sein. Und dann kam der Tag X, wie aus dem Nix. Fett gerhymt. Ihr habt es gecheckt. Ich bekam einen sicheren Tipp, und zwar von Henning. Er verdient sein Geld als Partyfotograf und kennt alle Tricks. Für seine Autorität in diesen Fragen sprach alleine schon sein Oberlippenbart, der zu 50% aus Koksrotz bestand. Rasier den Bart, trockne ihn und zieh ihn allein davon, und du wirst drauf sein. Meine Notfallreserve, nennt Henning seinen Bart zärtlich. Wie auch immer, Henning rief an und sagte, er hat für mich den richtig krassen Scheiß. Und damit würde Riverdance neben mir, wie eine Gruppe Rentner beim Tanztee wirken. Ohne Musik und ohne Tee. Das Zeufelszeug heißt Liquid Exzession, gegabt wie Sau. Ich sollte doch unbedingt mit der Dosierung aufpassen. Gesagt, getan, ein Drittel der Flasche leer, ich gehe steil. Wache in deinem Bett auf. Nackt. Halte mit beiden Händen meinen Schwanz fest. Anscheinend nicht fest genug, denn meine Hände sind mit Klebeband daran festgemacht. Nicht zu fest, beinahe liebevoll. Dennoch kriege ich sie da nicht los. Guten Morgen Sonnenschein. Eine vertraute Stimme, meine Frau. Ich bin also zu Hause. Schon mal gut. Sonnenschein am Arsch. Was soll der Scheiß mit meinen Händen, Pimmel und Klebeband. Einer der drei Worte in dieser Aufzählung passt nicht zu den beiden anderen. Ich habe da übrigens überall Haare. Sie lächelt. Das habe ich doch zu meinem Schutz und zu deinem Vergnügen gemacht. Vergnügen? Da verstehe ich aber was anderes darunter. und bestimmt nicht das Epilieren unten rum mit Klebeband. Warum hast du das gemacht? Was denn für zu meinem Schutz? Also, wir waren im Club, sagt sie, und du hast getanzt wie ein junger Gott. Und zwar so bis halb vier. Und dann hast du geschrien, morgen stuttert Liquid Ecstasy im Mund und das Fläschchen leer gemacht. Innerhalb der nächsten zwei Stunden haben wir achtmal Sex auf dem Klo gehabt. Du wolltest mehr, aber ich konnte nicht. Warte mal. Auf dem Klo, das ist doch gar nicht deine Art. Achtmal ist auch nicht deine. Okay, das wäre geklärt. Und dann hast du eine der Boxen kurz geschlossen, indem du die Hochtöner missbraucht hast. Und wir wurden rausgeschmissen. Und zu Hause bist du dann sofort auf mich losgegangen. Und da habe ich dich etwas betäubt und jetzt spüre ich auch so langsam die Beule am Kopf. Und die Hände zusammengebunden. Die Hände? Ich habe nur zwei davon, das dritte ist keine Hand. Aber du warst eine tickende Zeitbombe. Ich war eine fickende Zeitbombe, verdammt nochmal. Und da hast du die Bombe nicht einfach entschärft, nein, du hast den Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Ich hätte austrocknen können. Seid doch bitte nicht sauer. Bitte, bitte, bitte. Ich wollte nur das Beste. Und sei mal stolz auf dich. Du hast die ganze Nacht zu Hause durchgetanzt. Ja, genau. Und jetzt hol mal bitte einen Stock. Ich werde draufbeißen und du löst das verdammte blöde Klebeband. Vielen Dank. Applaus Ich werde